Schönen guten Tag, am Grill kommt es zurück zu Art, 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 Art. Wo geht es nur noch an Themen, mir ist das Fett ausgegangen, warum bin ich nur von der Hütte durch die her gelaufen, gerade. Komm, jetzt steh ich hier. Was steht mir denn? Eins rein, ok. Ich habe einen Nachricht bekommen, cool, dass du das sagst. Gern geschehen. Dieser Moment, wenn man alles außen rum ausblendet und ich alles einfach mitbekomme und deine Zuschauer. Ja, ich finde, dass du mit Ballon sagst. Als ob dein Mikrofon diesen Ton nicht erfassen würde. Stimmt schon. Ich wandel ganz fleißig, Beeren. Beeren, Beeren, Beeren. Okay, das war leicht merkwürdig. Fleißig Beeren sammle ich. Hiya, hiya, ho. Oh, das steht immer Stranger. Fleißig Beeren sammeln, das tue ich. Hiya, hiya, ho. Oh. Woop. die 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 sind Das ist schön, ich hab dich. auch noch geht alles schön Tate M M St die Zeit ist das schon ein bisschen dumm gewesen von mir die Reißen ich glaube nicht, dass er sich von herein empfressen würde, oder? doch, doch, die weißen Beeren essen, damit die schneller enttäubt werden ich habe den Autor angenommen, warum suchst du das? oh, er bleibt na Reiß Fleisch Fleisch auf dem Ofen und ich nehme hier alles, alles was umgeht tsch 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 Everybody dance now warte ist voll unpassend ja, stimmt ich krieg weiter hin Everybody dance now bau 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 da kann ich noch nicht rausbekommen, wie das geht im WoW kann man immer wieder Leute damit beeindrucken, weil viele das nicht wissen ja, klar, so ist das tsch jedes mal, wenn ich zum trinken ansetze, zerbricht meine blöde Schwitzhacke wie jedes mal, wenn ich mein Energy-Getränk in die Hand nehme, während ich gerade Steine abbaue, zerbricht die Schwitzhacke machen Ahhhh J J J J J J J Ich meine ja auch, also der könnte doch ein bisschen breiter eigentlich sein, aber trotzdem, sonst mag ich meinen auch. Ist der relativ safe? Nein. Das würde ich finde ich nur, wenn Häuser uneben sind und auf diesen Stelzen stehen. Man musste ja nur diese Stelze angreifen und schon wäre das Haus drin, ne? Also im TvP sind diese Stelzen heute am unsichersten, finde ich. So, genau hab ich da nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht. Genau, genau. Boah, ich kann zur Elf Gemengelbacher herstellen, ich weiß nicht, worauf ich zu. Hast du, du kannst die Hersteller mir schenken. Aber du brauchst du die? Einfach, dass ich sie hab. Moria und deine Beweggründe. Okay, ich brauch was zuerst. Ich hab in die alten Videos von mir reingeschaut und ganz ehrlich, ich fand unser altes Grundstück voll groß irgendwie. Ist so, mein Grundstück, was ich jetzt hab, ist viel kleiner. Nein, ich mein jetzt in dem Sinne, als wir da will, als Folge 30 rauskam. Das ist bei uns heute, bei euch schon vor einem Monat. Und, ich weiß nicht, das Grundstück, das wir abgesteckt haben, ist, war viel zu groß. Wir mussten viel zu viel Holz haben und alles. Aber als wir dann am Ende halt unsere Vinos drin hatten, ne? Das war gut zu klein. So ganz einfach, merkwürdig fand ich. So, so, hm. Weil erst kam mir das Grundstück viel zu groß vor. Viel zu groß. Also, ich denk jetzt schon an die Größe, was es am Ende eigentlich annehmen sollte. Und die muss ich in 30 Tagen erreichen, bevor die erste Folge bei mir rauskommt. Und mogi sieht, wo ich wohne. Falls wir uns bis dahin schon nicht längst begegnet sind. Hä, was wollte ich machen? Genau. Hä, hä, ich weiß nicht, was ich machen würde, an meinem Dino. Was wolltest du an deinem Dino machen? Ich weiß. Dust die Perse-Dinge an deinem Dino? Nein. Wohoge? Ähm. Was ist das? Nicht, nicht. Hast du mich gesehen? Nein. Ähm. Ach, selbst wenn du mich gesehen hast, ich glaube nicht, dass du mich angreifen würdest. Einfach, weil du nett bist. Äh. Wenn ich dich in diesem Zustand angreifen würde, ist der ultra gemein. Flugvogelangriff! Das würde ich sowas machen. Hätte ich einen Flugvogel, hätte ich das schon nix gemacht. Ich wäre rüber geflogen, ich hätte dich gesucht. Und dann hättest du mich aus dem Nichts angegriffen. Dann wäre wahrscheinlich, hättest du aussehen abgemautet und dann wirst du von einem Wildversauriger getötet werden. Und dann denkst du dir so. Wieso soll ich dich angreifen, wenn ich dich packen kann und auf den Berg aufsetzen? Oh. Mist. So genau hab ich da noch nie drüber nachgegangen. Hahaha. Das wäre bestimmt voll witzig. Das heißt, das wäre voll witzig. Ich mein, hörst du ja, wie ich lache. Scheiße. Man sieht's von der Seite, du könntest das selber auch tun. Wann? Später irgendwann. Aber ich wüsste schon, was ich dagegen machen könnte. Worüber du, glaube ich, bis jetzt noch nicht nachgedacht hast. Soll ich dir verraten? Ein riesiges Dachbau, was einmal über die halbe Map geht. Entweder das. Oder... Ich schlag einfach der Flugdauere mit einem Flug und der kriegt Schaden. Das hängt. Das war auch gut. Nein, nein, weißt du, was wie witziger gewesen wäre? Mit einem Betäubungsfall draufzuschießen. Oh ja. Und der Fliegel hat und beide fahren runter. So, brauche ich eigentlich. So ein Fünfzigheit, wow. So, Fieber. Ouch. So, ich werde mit Dylphosaurier jetzt, der heißt Karl, jetzt nur auf Lebensskillen, bis der 80.000 Leben hat. Und dann werde ich dich nur mit dem Dylphosaurier auseinandernehmen. Ich weiß noch, mein Dylphosaurier, der auf Level 120 am Ende geworden ist. Alter. Mit welchem Level hast du denn eigentlich gezähmt? 100. Aber es ging richtig schnell, obwohl er Level 100 war. Das ist ein Dylphosaurier, was erwartest du? Kein Problem. Ich bin noch ein bisschen weit. Ich komme gleich auf die Jagd. Komm mit. So. Manchmal Was? Manchmal... Zweifelig an der KI. Ja, manchmal hast du recht. aber obwohl ich mich mit dem ganzen Schildkröten der Echtzeit Prozent der Schildkröten in der Schildkrötenkämpfe oder man hat der Bekannte als Fleisch und manche Team Alter wenn er die Kündigung von Griechen wie die Städte die Team Fortnummer Ich hab grad einen Level 55er davon getötet und der hat mir einfach mal 9 Shit hingegeben. Ja. Und? Nee, ich fand's noch heftig. Mein 9 ist nicht gerade wenig. Du bist gut, Dodo. Echt? Nein, der Dodo. Hier bin ich. Ich hab ihn gesehen. Der steckt sich im Grünzeug. Ich hab noch einen, der gehört nicht. Alter, kriegen wir 3 Fleisch und 1 Hals. Okay, ich... Oh, okay. Brot und Teich. Warte, erst muss ich mal ein Dino wählen. Das ist ne Scheiße, wenn der aufsteht. Also ich fühl mich relativ safe mit den 2 Baron zu saubern, bei mir direkt um die Umgebung. Oh, ich hab dich lieb. Noch da? Ja, ja, ja. Ich hab ein Track gerade fertig. Für 10. Ui. Hau ihm direkt den Sattel drauf. Ich kann noch keinen machen. Okay. Was wäre bitte denn? Noch nicht 20? Nein, immer noch 19. Was wäre es ein Leben für Sie? Dann wäre es ein Leben für Sie? Er ist ein Leben für Sie? Ich werde sie um eine Zerwartung für Sie. Oh! Das ist ein Leben für Sie. Ich hätte auch einen Leben für Sie. Ach, da bin ich auch wieder. Was? Da neben? Ich werde mich gleich an diesen 10 Schildkröten rächen, weil die letzte mal meine beiden getötet haben. Den Bike? Ja, ja, mein Trike und mein Diff. Das heißt, wenigstens Dinos. Ich hab' nicht mal Heilsrüstung, aber ich hab' was. Das sind die Dinos bezweifelt. Was? Das sind die Dinos bezweifelt ohne Rüstung. Ich hab' normale Stoffrüstung, aber keine Heilsrüstung. Schieber Rüstung. So, ich hab' die Dinos bezweifelt. Was? Ich hab' die Dinos bezweifelt ohne Rüstung. Ich hab' eine normale Stoffrüstung, aber keine Heilsrüstung. Ich hab' die Dinos bezweifelt. Ich hab' die Dinos bezweifelt und was wir brauchen. Ich bin gerade das Schildkröte in der Küche. Ich hab' die Dinos bezweifelt. Okay, jetzt hab' ich Level 6 und Level 60. eigentlich ich weiß nicht ob es bei diesem level narkotik verschwendung wäre man kann eigentlich auch bei so einem manchen tieren so wirklich mit der faust draufhauen aber die paar prozent die können einem auch naja da weiß ich noch wobei gehen aber wie es aussieht euch nicht mal nö wir können beides über die hälfte ich will das nogi unter die nase binden ja ist gut jetzt was denn ich sage ich mache es nicht und auch ich gehe jetzt ich gebe ich gehe gut inzwischen spielt A 2 z liebe Zuschauer könnt ihr unter Mogi's Kommentare schreiben, dass ich nicht mehr mit ihm rede? Schau mal vor, einen auf den! Wir könnten, wir sollten, vielleicht die Aufnahme beenden und neu starten. Gleich. Wenn du noch kurz warten könntest, wäre das nett. Wenn du mit kurz jetzt nicht 10 Minuten meintest, gern. Nee, mehr so 2 oder 3. Sonst könnten wir schnell einen Cut machen und schnell wieder anschalten. Nee. Weil ich bin ja unter was sonst los. Wird Mogi auftauchen? Wird er es überleben? Das und noch viel mehr erfährt ihr in der nächsten Folge von. Ah. Ich bin aufgetaucht. Ich hab's nicht beendet, ne? Also, das war nur Spaß. Ah. Das weiß ich, ich will es nur sagen damit. Nur so, damit du ein bisschen Bescheid weißt. Also, bist du safe am Land und alles cool? Hm. Warte. Ja, warte, ja warte. Ja, na, na ja. Warte. Ich warte, warte. Warte noch? wenn man Betäubungsfalle hat, jetzt könnte man eigentlich schon Flugsauere zählen, man könnte nicht mit dem Anfang, aber man könnte schon wenn man ihn einfach nur Druck umstehen lässt und dadurch levelt, ja und auf einmal hättest du so eine direkte Flugsauere mit einem sehr hohen Level oder schon gut geschlossenen Ausdauern, ne? bei Flugsauern ist die Geschwindigkeit meistens immer gut, läuft die Aufdauer lane und bei Greifen ist die Aufdauer meistens, weil natürlich gut, nur die Geschwindigkeit Oh, ich habe bei meinem Greifen direkt die Geschwindigkeit gespielt, direkt Also, wir können dich vorgewenden Okay, ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal, ciao Haut rein, ciao